hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft ja wir haben ja unsere wassermühle fertiggestellt so jetzt habe ich mir überlegt wir machen mal ein bisschen terraforming um uns den see ein wenig zu vergrößern machen wir uns das hier ein bisschen größer weil ja ich mir einfach ein bisschen zu klein so gucken dass wir hier nicht absaugen sind wir erstmal die obere schicht weg und dann geht hier weiter unsere schippe ja die die hält nicht mehr lange okay dann wollen wir hoffen dass sie noch ein bisschen hält aber wir haben glaube ich glaube ich ja wir haben noch da hat die maus auf dem tisch fest gibt es doch gar nicht so ich nehme direkt den sand hier mit so können wir das hier auch mal machen okay das war dann die die maus hätte ich bei mir gesagt nee das war jetzt die schippe aber wir haben ja zum glück noch auch wir haben noch zwei das ist ja wir sind abgeschlossen so nicht hier aber vorschlagen wir sammeln uns das weil die strömung hier wir sammeln uns dass wir eben ein so kein loch machen soll denn der scheiß hier so was sagt man ja nicht nein so jetzt müssen wir da mal wieder das loch zu machen das war das falsche loch so 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 nehmen wir uns das auch noch mit so da ist ja genau da ist ja unsere hülle beziehungsweise sehr komisch so da hängt ein baum in der luft ja jetzt hängt ein baum in der luft ok das sieht ja richtig spaktakulär aus hier ja nee ist klar so da haben wir dann das damit die erde können auch gut gebrauchen und den sand nehmen wir auch mit so jetzt würde ich sagen das mal hier eben so ja genau eben einsammeln blub blub dann können wir das hier direkt weitermachen blub blub und weiter jetzt ok so so dann können wir das hier auch noch ein bisschen tiefer setzen leider unter wasser arbeiten auch nicht schlecht jetzt werden tauganzug richtig schön blub so wir lassen das hier auch noch mit ach die nächste schiffe kaputt ja prima gut dass wir noch eine haben so weiter geht's blub 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 so weil mit dem sand habe ich noch was vor weil ich hatte eigentlich noch vor du 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 erstmal aufzutauchen ähm ich sag mal schnell äh ein gewächshaus zu bauen so jetzt machen wir das aber erstmal hier so 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 jetzt hier erstmal weiter so 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 ok wow Hilfe, 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 da ist ein Loch im Boden, schon wieder ein Loch, das machen wir, so, das hätten wir auch, so wird unser See dann also ein bisschen größer, so, zack, 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 okay, okay, dann können wir noch bis hier hingehen, Hilfe, 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 Oh, wir haben eine Unterwasserhöhle. Ja, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Raus hier. Okidoki. So, jetzt müssen wir mal gucken. So, nee, das machen wir jetzt wieder zu. Und Erde. Weil da wollen wir jetzt mal nicht überfluten. So. Den nehmen wir noch weg. So, dann können wir mal schauen, dass wir hier noch ein bisschen machen. Bis hier vorne hin. So. Nu ist klar. So, die Lippe. Dann nehmen wir das hier auch noch alles weg, weil ich wollte dann hier einen Steg bauen. Mit einem kleinen Böckchen dran. Und dann brauchen wir ja jetzt hier nicht. Da können wir eine kleine Treppe runtersetzen. Und zack. Zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und zack. So, die Lüge. Dann können wir das hier auch noch wegnehmen. sehr spektakuläre folge muss ich schon dazu sagen aber das geht ja mal leider nicht okie dokie mal gucken was wir damit machen ob wir das dann zu bauen oder nicht ich bin mir was war da am besten machen schauen wir mal so die erde nehmen jetzt mal einfach alle mit ja das sieht doch schon mal gar nicht so übel aus dann könnten wir ja rein theoretisch uns mal erstmal die kohle noch hier mitnehmen so und das ganz viel kohle so die kann man ja die kann man wirklich gut gebrauchen was hier viel kohle aus der supi ich komme ich komme ich schuldig ich rette die nehmen jetzt erst mal mit okie dokie so jemand hier auf dem boden und dann haben wir das auch schon so genau bisschen erde noch mitnehmen schuf 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 jetzt müssen wir das hier noch ein bisschen terraformen aber ich glaube unsere schippe wird das nicht mehr lange mitmachen dann hat sie nämlich gar keinen bock mehr gut so haben wir das bald geschafft okay das ist doch schon mal gar nicht so schlecht gut sie hat es dann nicht mehr überlebt dann müssen wir ganz kurz so weitermachen ok wir können uns ja mal eben schnell 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 das haben wir ganz toll gemacht weil es kann man nicht mehr hoch und da müssen wir eben herumlaufen so laufen wir einmal hier rum einmal durch gebämmst so gut so dann gehen wir mal hoch steve kommt alles so wie sieht das denn hier aus ja ist ja schon nicht schlecht da müssen wir nur noch ein bisschen was wegnehmen aber dann brauchen wir jetzt erstmal neues werkzeug so was haben wir dabei nix gold wollte ich nicht arbeiten aber wir haben steine könnten wir uns eigentlich steinschippen machen eben schnell und sparen uns das eisen so äh erde 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 tropenholz so dann machen wir uns mal eben zwei neue schippen würde ich sagen so so stein schwupp schwupp und so gut los gehts auf in den kampf zur nächsten bin d dreimal Jetzt müssen wir das hier unten irgendwie noch weg machen. Dann gehen wir noch mal durch den Busch. So, plopp. Okay, einmal außenrum. So, das hätten wir auch geschafft. Okay, dann geht's weiter. Gut, so. Hup, 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 hup. So. Okay, das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Ja, wir können nichts mehr mitnehmen. Unser Inventar ist voll. Steine können wir mitnehmen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Dann machen wir die jetzt erstmal hier weg. Blü, blü, blü. Blü, blü. So, die Steine nehmen wir auch mit. Und dann bringen wir gleich erstmal die Sachen weg. So. Steine mitkommen. So, bopp, hup, hup, hup. So, den auch noch. Und den auch noch. Und den auch noch. Okidoki. So, jetzt müssen wir wieder andersrum laufen. Also wir könnten uns ja eigentlich mal eben hier eine Treppe reinbauen. Das müssen wir zumindest ein bisschen. So, dann sind wir direkt neben dem Haus hochgekommen. Auch nicht schlecht. Das machen wir dann wieder zu. Jetzt gucken wir mal, was wir ablegen können. So, den Kies tun wir hierbei. 63. Die müssen wir auch nicht mit uns rumschleppen. Leben haben wir auch. Wow. Sand. So. Noch mehr Sand. Wir haben mehr Sand. Nein, Spaß beiseite. So.